Hallo Leute, wird euch vielleicht überraschen, aber ich bin wieder zurück. Es gab diverse Entscheidungen in den letzten Monaten, beruflich als auch privat, die ich zu treffen hatte und auch bestimmte Erkenntnisse und Einsichten, die ich erlangt habe, zu dem Hauptthema meines Kanals, und zwar Ex-Zurück-Gewinn. Es ist schlichtweg so, dass ich mittlerweile der Überzeugung bin, dass allein die Idee oder die Absicht, den oder die Ex zurückzubekommen, falsch ist und absolut in die Leere führt. Andererseits allerdings ist es eine unfassbare Energiespritze, wenn man Hoffnung hat, dass der Mensch, den man am meisten liebt und der einen verlassen hat, vielleicht irgendwann mal wieder zu einem zurückkommen könnte. Wenn man diese Hoffnung nicht hätte, dann wäre doch alles irgendwie umsonst und man wäre einfach nur niedergeschlagen. Aber diese Hoffnung schafft Energie und Motivation, sich wieder am Haarschopf aus dem Sumpf zu ziehen und zu sagen, ich mache Sport, ich arbeite jetzt an Selbstverbesserung, ich möchte mich weiterentwickeln, ich werde beruflich gleich nochmal ein bisschen was auf neue Füße stellen, ich werde zusehen, dass ich mich in allen Bereichen des Lebens verbessern kann. Vielleicht höre ich mit dem Rauchen auf, vielleicht mache ich mehr Sport, vielleicht, 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 werde ich mehr reisen, weniger saufen, etc. Solche Entscheidungen einfach, wo man einfach nochmal merkt, so wie es bisher lief, kann es nicht weitergehen. Und dann insbesondere mit Rückblick auf die Beziehung, wo da die Probleme lagen und den eigenen Anteil dieser Probleme. Durchaus mal reflektieren, mal überlegen, wo ist denn die eigenen, wo liegt die eigene Verantwortung, was hat man vielleicht selbst für Fehler gemacht und sich einfach da nochmal auf die Hebebühne des Lebens zu stellen und ja, den eigenen Kfz-Mischerniker mal ans Hirn zu lassen und neue Wege und Verhaltensweisen zu finden und Denkweisen zu finden, mit mehr Selbstrespekt zu leben, sich selbst lieben zu lernen, was für viele sehr, sehr schwierig ist. All diese Dinge, das ist eine unfassbare Motivation. Deswegen sage ich, in der Rückschau waren alle meine Trennungen, die ich erlitten habe, fantastisch. In der Rückschau haben sie Unfassbares freigesetzt an Energie. Und das will man natürlich in dem Moment nicht hören und das wollte ich auch nicht hören. Und es wäre jetzt auch nicht so, dass ich jetzt wieder auf eine Trennung angelegt hätte. Ganz und gar nicht. Das ist keine schöne Erfahrung, das ist das Niederschmetternste, das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Das ist die Angst vom Tod, ja, das reine Todesangst, von den geliebten Kernmenschen im Leben, Bezugsmenschen im Leben getrennt zu sein. Das hat vor 70.000 Jahren dazu geführt, dass man von Säbelzahntigern gefressen wurde, wenn man keinen Kontakt mehr zu seinem Clan, zu seinem Trupp, zu seinem Dorf, zu seinem Stamm hat. Und genau das feuert bei uns bei Trennung in unserem Hirn herum. Das ist die Angst zu sterben und wieder Kontakt zu finden zu dem geliebten Menschen, der sich von uns getrennt hat. Und das ist Todesangst. Also wir fürchten den Tod und es fühlt sich auch an, als wäre der Partner gestorben. Das sind die furchtbarsten Erlebnisse, die man überhaupt haben kann. Absolut nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Dennoch, unfassbare Energie, Motivation, die Hoffnung, dass Ex zurückkommen könnte. Und deswegen möchte ich euch auch Hoffnung geben. Aber andererseits ist es halt so ein Paradoxon. Ich werde mir mal einen Namen dafür überlegen, vielleicht fällt mir jetzt spontan einer ein. Das Trennungsparadoxon, noch nicht wirklich. Das ist, einerseits sollte man überhaupt nicht sich vornehmen, den Ex-Partner zurückzubekommen. Denn warum? Jemand hat sich von euch getrennt. Warum solltet ihr daran arbeiten, dass ihr diese Person zurückgewinnt? Eigentlich sollte es ja komplett andersherum sein. Da ist jemand, der euch verletzt hat, zurückgelassen hat, alleingelassen hat. Und diese Person muss auf die Idee kommen, verdammt, ich habe irgendwie, irgendwie ist jetzt diese Distanz und diese Trennung irgendwie wie größer, als ich es jetzt eigentlich gewollt habe. Irgendwie vermisse ich diesen Menschen doch. Die sollen zurückkommen, sollen sich entschuldigen und sollen alles tun, damit ihr wieder Lust habt. Und nach so einem schmerzhaften Erlebnis, euch aufzumachen für diesen Menschen. Eigentlich müsste es so rum sein. Leider ist es oft nicht so. Und deswegen empfehle ich immer keinen Kontakt. Kein Kontakt ist nie verkehrt. Gebt euch nicht der Illusion der Aktion hin, der Illusion der Handlung, dass ihr glaubt, irgendetwas tun zu müssen. Tut einfach nichts. Bleibt in keinem Kontakt. Wartet, dass sich dieser Mensch meldet. Und wenn er sich nicht meldet, dann war es das. Dann hört dieser Mensch auch nie wieder von euch in eurem Leben. Aber gebt diese Hoffnung nicht auf. Denn das ist die Energie. Das ist die Energie, die euren Motor am Laufen hält. Sport zu machen, rauszugehen, aktiv zu sein. Datet ruhig neue Leute. Auch wenn es schwer ist. Ich weiß es, es ist schwer. Es ist nicht leicht. Spielt mit diesen Menschen allerdings nicht. Gaukelt ihnen nicht irgendetwas vor. Versucht nicht irgendwie sofort einen Ersatz zu finden. Das wird nicht gehen. Ihr werdet Monate, wenn nicht sogar Jahre brauchen, um wieder völlig klar zu kommen und euch für einen Menschen neu aufmachen zu können. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr euch zu Hause einschließt. So. Und jetzt zum Abschluss dieses Videos. Für mein kleines, klitzekleines Comeback als Coach Michael hier. Und wie gesagt, im Kanal wird sich einiges verändern. Aber Weihnachten steht vor der Tür. In zwei Tagen. Sind es zwei Tage? Ja, ich glaube in zwei Tagen ist Heiligabend. Und dann geht die Scheiße richtig los. Für euch da draußen, die ihr jetzt alleine seid, ich denke an euch. Ich denke wirklich an euch. Es ist so, es sind Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen in diesem Moment wurden verlassen. Ihr teilt dieses Schicksal, dass dieser Tag jetzt auf euch zukommt, mit so, so vielen anderen Menschen auf der Welt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Viele Menschen, die jetzt nicht mehr, so wie in dem Jahr zuvor oder in den Jahren zuvor, mit dem geliebten Menschen Weihnachten feiern. Sondern die sind jetzt alleine, vielleicht sogar in der neuen Wohnung, haben keinen Kontakt mehr zu der Familie des Partners. Man kann einfach nicht mehr zusammen feiern vermutlich. Ein großer Teil eures Lebens bricht weg. Und ihr könnt den Fernseher nicht anmachen. Diese ganzen Happy-Familien, die jetzt einkaufen gehen. Und ekelhaft. Das tut weh, das will man nicht sehen. Man will eigentlich am besten sich die Birne vollkübeln, abends um sieben ins Bett gehen und einfach den ganzen Tag verpennen. Ich denke an euch. Ich bin da voll bei euch. Aber tut eines nicht. Oder tut mehrere Sachen nicht. Aber eins vor allen Dingen. Meldet euch nicht bei eurer Ex oder bei eurem Ex. Von euch aus kommt kein Weihnachtswunsch. Nicht an Heiligabend, nicht am ersten Weihnachtsfeiertag, nicht am zweiten. Auch nicht an Neujahr. Das ist die nächste Scheiße, die auf euch zukommt. Und ich verstehe euch da voll und ganz. Es ist super schwer. Aber haltet durch. Diese nächsten paar Wochen, das sind diese Jubiläen, die in jedem Jahr auftauchen. Wo man sich halt immer wieder daran zurückerinnert, wie war es letztes Jahr. Das ist schlimm. Als frisch getrennter oder als getrennter, der immer noch dem Ex oder der Ex nachtraut, sind diese Termine einfach die absolute Katastrophe. Man denkt so, letztes Jahr haben wir noch zusammen Weihnachten gefeiert. Letztes Jahr haben wir zusammen ein bisschen Löster gefeiert. Oh Gott. Und dann kommt Schuld. Und was hätte man tun können? Und hätte ich nur an diesem einen Tag dieses nicht gesagt oder jenes getan? Das bringt alles nichts. Versucht eure Gedanken in die Gegenwart zu holen. Feiert euch selbst. Reserviert euch einen Tisch. Wenn es nicht anders geht, geht alleine essen. Oder bestellt. Sagt einfach mal drauf geschissen aufs Geld. Ich bestelle mir richtig geiles Essen. Ich lege jetzt ruhig mal ein bisschen Geld hin. Ich kaufe mir diesen Film online oder als Blu-Ray. Ich mache mir einen richtig tollen Abend. Und ich feiere mich selber, dass ich noch hier sitze. Dass ich lebe, dass ich das bis hierhin geschafft habe, stark zu sein, mich nicht zu melden. Und diese Trennung wird mich nicht kaputt machen. Diese Trennung wird mich stärker machen. Stärker als alles andere zuvor. Und ich werde wie eine Raupe nächstes Jahr wie ein Schmetterling dastehen, weil ich mich verändert habe. Und das feiere ich heute. Das ist mein Heiligabend. Das ist mein Weihnachtsfest. Ich feiere mich selber. Tut euch was Gutes. Legt euch in die Wanne. Macht einen Wellnessausflug. Je nachdem, welche finanziellen Mittel ihr habt, fliegt in den Urlaub. Macht etwas, was ihr euch leisten könnt, worauf ihr Bock habt. Feiert euch selber. Lasst euch nicht unterkriegen. Meldet euch nicht bei eurem Ex-Partner. Auf gar keinen Fall. Dieser Mensch meldet sich vielleicht bei euch. Und dann macht folgendes. Tut das nicht überbewerten. Es kann bedeuten, verdammt, irgendwie, ja, es geht mir jetzt auch so irgendwie vor einem Jahr. Und eigentlich hätte ich mich nicht trennen sollen. Und ich wäre jetzt doch ganz gerne mit ihr oder mit ihm wieder zusammen und würde Weihnachten feiern. Ich schreibe den jetzt mal, ne? Frohes Fest oder so und so. Es kann sein. Aber vermutlich ist es das nicht. Es gibt natürlich Verbindungen. Wie ich in anderen Videos schon gesagt habe, eure Ex, euer Ex wird immer noch an euch denken. Und an solchen Tagen insbesondere, das garantiere ich euch, an Weihnachten, an Silvester, denken die an euch nonstop. Hundertprozentig. Selbst wenn die einen anderen Menschen im Arm halten, ist es für ein total seltsamer Moment. Es ist total komisch. Sie werden an euch noch denken. Und dann kann es sein, dass sie euch schreiben. Vielleicht auch das Schuldgefühl. Tut es nicht überbewerten. Wenn diese Nachricht kommt, hey, ich wünsche dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch, dann antwortet ihr, Dankeschön, ich wünsche dir auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Wie geht es dir denn? Das könnt ihr dann. Ihr könnt eine Frage stellen, weil damit signalisiert ihr, wie bei meinen anderen Kein-Kontakt-Videos, ihr öffnet einen Dialog. Ihr bietet einen Dialog an, indem ihr diese Frage stellt, wie geht es dir? Und dann kann was kommen und dann kann ein Austausch stattfinden. Nach zwei, drei, vier Nachrichten hin und her fragt ihr, hey, es ist echt schön, dass du dich gemeldet hast. Ich wünsche dir wirklich Feier, schönen Weihnachten und so weiter. Gib mir Bescheid, wenn du Zeit hast. Ich würde dich gern wiedersehen. Das könnt ihr schreiben. Aber tut sie nicht voll Bomben mit, ich liebe dich, vermiss dich so sehr, wieso können wir nicht Weihnachten zusammen feiern? Dann überrollt ihr diesen Menschen wieder. Okay? Also, das ist mein Ratschlag und meine Unterstützung für euch. Denkt dran, ihr seid nicht allein. Bleibt in keinem Kontakt. Ich bin Coach Micha und ich bin wieder zurück. Frohes Fest. Frohes Fest. Frohes Fest. Vielen Dank.